Das Thema Freiflächen ist jetzt auch Ihre Frage, Herr Friedrich. Können Sie mich hören? Ja, laut und deutlich. Der Streitpunkt damals war ja die zweireihige Bebauung. Und könnten Sie sich vorstellen, dass man dort mehr Freiflächen für die Bürger schafft? Ja, also persönlich kann ich das sehr gut vorstellen, weil der Sachverhalt damals war ja ein anderer. Da wusste man auch noch nicht, als man es entschlossen hat, dass man beim Hochwasserschutz ab 2013 so eine hohe Mauer machen will. Und das ist ja wie eine Barriere. Aber der Herr Ruck hat es komplett richtig gesagt. Da müssen wir mit der Hofkammer, mit Siedlungsbau in Verhandlungen treten. Und die Verhandlungen machen wir natürlich nicht in der Öffentlichkeit.